Ab dem 4. Juli und bis zum 7. September bietet die Sylt-Fähre ihren Gästen einen erweiterten Fahrplan an. Immer freitags, samstags und sonntags fährt die Fähre bis 20.25 Uhr nach Sylt und von Sylt nach Haunebi um 21.25 Uhr. So haben Urlauber die Möglichkeit, spät auf und von der Insel zu reisen. Und an den Wochenenden kommen die Sylter Nachtschwärmer auch wieder bequem zurück ans Festland. Und noch eine Neuerung gibt es auf der Sylt-Fähre. Die jüngsten Passagiere können ihr leckeres Essen ab sofort auf einer eigenen Kinderkarte auswählen.